Gerade bei Sportgroßereignissen ist ein moderner Fernseher interessant. Und weil es sich die Technik rasant weiterentwickelt, schauen wir uns jetzt an, was ein neues Gerät alles können sollte. Derzeit hat man das Gefühl, umso größer, umso besser. Also jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft sind natürlich jetzt große Größen das große Thema. Keine Frage, also wir sind jetzt bis zu 75 Zoll, wo wir fast dann schon fast eine 2 Meter Bilddiagonale haben. Was natürlich schon eine spannende Sache ist, wo man von der Qualität her natürlich jetzt ein ganz anderes Erlebnis hat bei der ganzen Sache. Und hier kommt die OLED-Technologie ins Spiel. Mit 8 Millionen Pixel Auflösung wird die Qualität des Bilders richtig sensationell, denn hier wird jedes Pixel extra angesteuert. Diese Geräte sind durch die Weiterentwicklung auch sehr schlank und schön geworden. Bei den größten, bei den kleineren Größen ist es jetzt so, dass es auch da natürlich jetzt mit UHD, also mit der 4K-Technik natürlich eine sehr, sehr gute Qualität gibt. Also wir auch da Möglichkeiten haben, natürlich das Optimale auszuschöpfen, auch für den Kunden, auch für eben speziell Sportübertragungen. Aber egal, welchen Fernseher sie haben, wichtig ist die Entfernung zum Gerät. Die Faustregel bei der Entfernung, wie weit soll man weg sitzen vom Fernsehgerät, ist an und für sich die Bilddiagonale mal drei. Ist eigentlich ein recht guter Wert, mit dem wir recht gut leben können. Fakt ist auf jeden Fall, dass es immer von der Qualität des Signals abhängt. Wenn wir zum Beispiel, so wie wir es bei der Salzburger AG, jetzt haben sie eine gute HD-Qualität an Signalen haben, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch noch näher ans Bild rangehen können und keine Qualitätsverlust haben. Bei einer guten Internetverbindung, zum Beispiel über das Kabelnetz der Salzburger AG, können sie auch ohne Probleme diverse TV-Teken nutzen. Hier gibt es die Gratisdienste, wie zum Beispiel die ORF-TV-Tek, aber auch Dienste, die man bezahlen muss, wie Netflix, MagStorm oder Amazon. Also da ist es jetzt so, dass ich eben, wie gesagt, das mit HBB TV nutzen kann, also dieser Internetdienst, wo ich dann eben direkt auf die Mediathek zugreifen kann und man zum Beispiel sein Bild von gestern noch einmal anschauen kann, wo ich dann die Möglichkeit habe, direkt auf die einzelnen, vom Datum her die Sendung auszuwählen, zu bestätigen und dann eben, wenn es geladen wird, im Vollbildformat mir noch einmal anzuschauen. Also von der Funktion her sehr einfach. Ein weiteres Highlight für all jene, die zu bequem sind, die Fernbedienung in die Hand zu nehmen, ist die Sprachsteuerung, ein Feature, das ganz witzig sein kann. Ganz genau, es ist so, dass eben die Möglichkeit eben über die normale Fernbedienung hat sich nicht verändert, es ist sehr einfach geworden und wir haben die Möglichkeit eben bei Diensten, speziellen Internetdiensten, diese Sprachsteuerung zu verwenden, wo ich direkt auf der Fernbedienung den Befehl eingebe und der Fernseher dementsprechend reagiert. Also viel Neues bei den Geräten, jetzt müssen nur mehr die Tore fallen. Infos über Kabel TV und Internet in Salzburg bekommen Sie übrigens auch auf unserer Webseite.